Wir müssen unbedingt nach Singen zum Verbandsmusiksfest. Ja, nach Singen zum Verbandsmusikfest. Da spielt doch heut Flado Kumpang mit seiner Musikante. Kannst du uns zum Rothausplatz mitnehmen, zu der Stadthalle? Da gibt's ja bestimmt noch kaltes Rothaus. Bestimmt. Da fahren wir. Steiget auf! Mensch Mädels, die nehmen wir mit nach Singen. Ihr seht ja fest aus. Wo geht's denn hin? Wir fahren nach Singen zum Verbandsmusikfest. Stimmt. Da spielt am Samstagobend nur Zilbras in der Stadthalle. Ah, das sind doch die Österreicher mit der Wahnsinnsmusikshow. Habt ihr Platz? Dann kommen wir grad mit, oder? Ja? Ja. Hi, welcome. Hallo, ladies! Die Mädels haben keine Zeit für euch. Lovey! Hallo! Hallo! Ihr seid auch fleißig. Habt ihr keinen Bock aufs Verbandsmusikfest? Aber da gibt's doch nur Platzkonzerte und Wertungsspiele am Samstag. Nein, heute Abend spielt der Flado Kumpa an Open-Air vor dem Rathaus. Ja, und morgen spielt nur Zilbras und die Platzkonzerte und die Wertungsspiele werden sicherlich auch gut. Okay, das hört sich doch gut an. So, und du kommst auch mit. Dann trinken wir einer zusammen. Ach so, müssen wir uns eigentlich nur umziehen. Hey, warum? Nein, passt schon. Komm, auf geht's. Gehen wir, oder? Hey, ihr seid ja cool! Euch brauchen wir am Sonntag auf dem Gesamtchor und beim Festumzug. Los, kommt auch mit! Juhu! Super! Wir kommen mit! Schaut mal! Da steht unser Oberbürgermeister, Bernd Häusler von Singe am Hohentwil. Mein Auto läuft nicht immer. Das ist der Schirmwerfer vom Verbandsmusikfest. Der wird bestimmt auch mit das fest. Ah ja, Mensch, das wär super. Den hätte ich denn mich mitnehmen. Gerne! Oh, ich hab was vergessen, mein Schopf. Ich bin nur der Schirmherr. Ich komm, jetzt können wir gleich zufahren. Ich bin nur der Schmer rett. Ich bin nur der Schmer gegen Wienerpodcast. Der selbstes Sport. Eben nur der Schmerzen auf... ...Order Schmerze hast du verletzt. Serial. Und zwar mit Radies Commission. V 10-0iso kar. Bis zum nächsten Mal.